Da will aber einer hoch hinaus. Und sein Ziel? Essen. In Saskatchewan, Kanada, hängt ein Schwarzbär in einem Baum. Klettert Stück für Stück in die Krone. In eben dieser Krone sitzt ein Adlerjunges. Die Eltern des Vogels fliegen wild um ihr Nest herum, erkennen die Gefahr. Doch ihr Jungtier ist noch nicht Flügge. Der Bär kommt immer näher. Verzweifelt greifen die Adler den Angreifer an. Der hungrige Jäger lässt sich nicht beirren. Schnappt zu, holt sich den jungen Vogel und verschwindet mit seiner Mahlzeit im Wald.